Musik Und diesen ganzen Menschen, dem gönnen wir von Herzen den 25. Orden wieder dem tierischen Ernst. Das ist Ihre neue Dienstmütze. Und darf ich Sie bitten, dieses kleine Päckchen Printen Ihrer lieben Gattin mitzubringen? Und hier habe ich noch eine Spende unserer Trierer Freunde vom Heuschreck. Drei ganz auserlesene Flaschen, die Ihnen viel Spaß machen werden. Und hier habe ich noch ein sehr schönes Vogelhaus. Und Herr Scheel, hier kommt ein Geschenk, das Ihnen der Oberbürgermeister Malangré zugedacht hat. Es ist Walter von der Vogelweide, leicht verfremdet als Porträt von Walter Scheel. Ich bitte zu beachten, dass der Aachener Klinkes auch hochgehoben wird hier. Und da drüber steht Herr Walter von der Außenweide. Herr Scheel, da ich genau weiß, dass Ihre Hausbar hinreichend ausgestattet ist, erlaube ich mir Ihnen dennoch hier drei Flaschen mitzugeben. Die sind keineswegs für Sie bestimmt, sondern die sind für Ihre Wächter bestimmt, von denen neulich in der Zeitung zu lesen war, dass Sie unzufrieden seien, weil Sie kalte Füße haben. Das ist ausgezeichnet dagegen. Das ist also zum Einreiben, ja. Und schließlich darf ich Ihnen diesen hübschen Schirm in den AKV-Farben überreichen. Es könnte ja sein, dass Sie demnächst in der Villa Hammerschmidt möglicherweise mal jemanden nach draußen begleiten lassen müssten. Dann ist dieser Schirm ausgezeichnet. Und dann darf ich Ihnen noch zwei Urkunden überreichen. Nämlich erstens die Ernennung zum Ehrensenator des Aachener Karnevalsvereins mit zwei dicken Siegeln und vielen Unterschriften. Und wenn Sie Lateiner sind, werden Sie viel Spaß daran haben. Wenn Sie kein Lateiner sind, wenden Sie sich ein Richt an den Ritter Carlo. Er wird es Ihnen gern übersetzen. Und hier schließlich noch ein Exemplar der Ordensregeln des Ordens wider den tierischen Ernst, damit Sie sich in Zukunft auch immer richtig verhalten. Und nunmehr gehört der Vogelkorb Ihnen, Herr Minister. Herzlichen Dank. Vielen Dank.